Locker. Locker. Ah, da hat die uns geholfen. Boah. Ich weiß nicht, ob wir jetzt den Weg noch zeigen. Jetzt jetzt mich kurz mal hin und überlege. Scheiß drauf, geh weiter. Wir gehen weiter. Komm mal hin. Okay, hier. Sternensplitter. Äh. Müssen wir hier lang? Nein. Hey. Oh. Weißt du, da darunter geht, aber da nicht, oder was? Die spielen, äh, das ist so ein Mobbing-Spiel. Ach, da hinten geht's weiter, oder was? Oh. Und jetzt? Hä? Wo kommen die ganzen Punkte her? Ich will da nur noch runter. Oder irgendwo hin, wo es weiter geht. Wärme, bitte. ich komme ich denn dahin was zeigt der punkt wieder an markierung jetzt haben wir hinten kann es sein das ist echt verarschen Hier runter? Ja, der kücht mich doch am Arsch. Au, hua. Root und Reno sind aber ganz schön spät dran. Lass sie. Wir gehen. Wir haben ausgeschnitten dabei. Nicht so schnell! Diese Angsthasen wollen sich wohl davonstehen. Mit Verlaub. Es geht um unseren Ruf. Na also, geht doch! Am Eingang waren Flaggen. Nicht gesehen? Das verheißene Land ist jetzt Chinra-Gebiet. Also gibt's ja auch für Zetra nichts mehr zu melden. Wo ist der Rest von euch? Habt ihr euch etwa... verlaufen? Wir sind mehr als ihr. Vergesst das nichts. Ach ja? Mir doch egal. Der Chef und ich sind zusammen nämlich unschlagbar. Die Zetra muss leben. Wird's versuchen. War ja klar. Ja. Eris, mach es uns einfach und... Nun gut. Ich hab es zumindest versucht. Die ist hahnungslos. Jetzt gibt's ne Lehrstunde. Hab ich dich! Jetzt ist Schluss! Hab ich dich! Hau, hau, hau! Nicht bewegen! Schaffen wir's nicht mehr sein! Ruhe im Kakao! Nicht bewegen! Ach, jetzt! Angst, du! Bin ich jetzt drin? Flieg! Ausweichender Verblachten. was ist wohl besser hm aber nicht so gut das hier hälfte 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 Was? Was? Was ist das? Ja, das ist alles. Da ist alles. Dann geht es los. Ich werde los! Ich werde los. Ich werde fest des Geben! Ich werde fest des Geben! Keine Hucke! Ich werde dich! Niemand entkommt mir! Ich werde mich nicht mehr. Ich werde mich nicht mehr verletzen. Das war alles. Das ist meine Schuss! Warte immer! Was soll das? Schüs. Nein. So, links Sie an den Schokobo. Kann ich dich wieder umhören? kann mich aufhalten widerstand ist zwecklos BAM das war es bei meiner Ehre als Türke ok so trafen sie sich ja super ja als gedacht oh jetzt werden die Türks ungebracht Einer nach dem Anderen ja verdammt fürchte dich nicht du also ich durfte die ganze Zeit auf den draufhauen da hat sie nichts gesagt aber jetzt das macht gar keinen Sinn wieso reicht es in 10 Tagen müssen wir gegen die Elden kämpfen wir müssen uns beeilen ja hinterher das ist wie ne äh fliege äh so ne richtige plage immer wieder kommen sie Schöne einen Anblick gerade äh ah er steht euch nicht der Tod oh ist bestätigt worden oder jetzt die 4 tot sind nice hoffentlich sonst wär das ja echt ne blamage können da nicht mal wieder Charakter wiederbeleben das ist ja so dämlich manchmal ne in manchen Spielen sie wiederholen sich und wiederholen sich du wirst 20 mal gegen den Typen kämpfen immer noch lebt er das nervt richtig und damit Marschen Cut hier Jan hoffentlich der Schlimmste überwunden das war total lästig teilweise aber wir haben es geschafft wir sehen uns dann beim nächsten Mal bis dahin Ciao bei der vielleicht nächsten Session mal gucken wie viel noch kommt bis dahin Hallo es geht weiter mit einer neuen Hunde dazu Final Fantasy 7 Wibbers ja ich würd nicht sagen die letzte Session aber stimmt mal wir werden also wir sind halt gut am Ende ne mal gucken wie lang es geht aber irgendwie zieht sich das alles wieder hier so so was haben wir denn hier Verfolgung von Zeng jetzt nochmal Zeng 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 die Halle der Belebung das ist aber sehr ruhig hier keiner sagt was hm oh da passiert was ist das ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht oh oder gut zur fürchtet euch nicht er kehrt nur zum Planeten zurück ihr werdet euch wiedersehen ich kapiere gar nix ich kapiere echt gar nix war der jetzt wirklich da warum sind wir schrieben jetzt ihn und warum äh ist sie so hinterher nachdem haben die ein Verhältnis oder was ist da los bist du okay du bist besorgt wegen mir sag mir bitte eines ist das hier das verheißene land nein ich glaub nicht verstehe schade du hast mir immer vertraut manchmal warst du richtig nett naja der war richtig nett hat immer gekämpft gegen uns sicher dieser Sockel ist der Schlüssel aber er reagiert nur auf Cetra nicht bewegen ich muss ihn bericht erstatten ich muss ihn umbringen bring ihn um er darf das nicht machen hm er ist sieh mal er ist sie mal ah ja geht da weiter was steht da er ist ein Meridian ist er ist ja er ist zu was wir sind. Sogar mit rotem Teppich, was? Also Teppich sehe ich jetzt nicht. Achso, hier gehen seine Brom rein. Nicht fair! Ich warte hier. Beeilt euch. Wir bringen das besser schnell hinter uns. Ach nein, jetzt müsst ihr jeden spielen. Alter, ist das lang gezogen. Also, bis später! Wir fangen mit ihr an. Ich wette, ich muss bei jedem... mit jedem... durchmachen. Jeden seine Prüfung. Jung, 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 jung. Okay. Schreiner Prüfung. Was ist das? Okay, jeder hat sein eigenes Geschehen glaube ich. Das wäre ja echt, wenn ich jetzt mit jedem spielen muss. Achso. Oder das ist sowieso, äh, so... so ein Hin und Her. Das hier ist keine bloße Illusion. Das hier ist keine bloße Illusion. Das hier ist keine bloße Illusion. Hier lang! Oh ja. Was ist mit denen? Ich weiß noch gar nicht, wohin. Das ist ja richtig. War das die Prüfung schon oder wie? Das hier ist nicht. Oh ja. Wo ist das? Oder? Oh ja. Bist jetzt das echt nicht so, oder? Das ist ein wertvolles Testobjekt. Geht gefälligst, um Sommer damit um. Gut. Gut, Nummer 13. Dann komm mal her. Nächster. Ich kann nichts machen, oder? Das soll so sein. Ja, sehr gut. Schnür das Kätzchen ordentlich fest. Prächtiges rotes Fell. Mehr als würdig für mein 13. Versuchsobjekt. Ah, ich hab's. Ab heute heißt du Red 13. Fangen wir an. Ich glaub, das ist irgendwie in der Vergangenheit oder so. Ich glaub nicht, dass es echt ist. Das ist von damals irgendwie was, oder? Aber das weiß man ja schon. Liefer. Naja, das ist wieder so eine Mission. Crazy. Die Vergangenheit von den Leuten. Okay. Äh, ist ja gut. Ich komme ja schon. Entschuldigung, da ist sie nicht da. Der Cloud. Oh, 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 oh. Nein! So, Cloud folgen. Also, der junge Cloud. Ja, es gibt doch einen anderen Weg. Ich kann auch nicht schnell laufen. Was ist das denn für ein Bunker? Hey? Oh, es ist hinter uns rot. Ah, das ist hier. Ja, wir sind... Papa! Die sehen wir ja schon. Ihr Monster. Sephiros. Soldaten. Marco. Shinra. Sie alle. Ich hasse sie alle! Nein! Okay, jetzt kommt bestimmt der nächste... Ah, Yiffi. Von Yiffi wissen wir auch nicht so viel, ne? Oder? Yiffis Vergangenheit, was war da? Cool bleiben, Yiffi. Einfach cool bleiben! Nein! Yiffi. Yiffi. Wir fallen auf! Zieh die Krallen lieber wieder ein! Sonnen! Wer ist Sonnen? Lass uns dieses Mal etwas vorsichtiger sein, Chefin. Wir sollten unnötige Kämpfe vermeiden. Du bist einfach zu ungeduldig, Chefin. Irgendwann rechtlich das. Chefin? Kämpfe weiter. Für uns. Uh, falsche Seite. Hallo. Nein! Wohin?